So, und damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Skywars. Heute bin ich wieder am Start. Deswegen spielen wir was, was ich mag. Ja, ich feier's ja auch. Ich kann's ja nicht. Was kannst du überhaupt? Gar nichts. Get Down spielen, hat er noch gesehen. Aber irgendwie, die haben echt Unendlichkeit rausgenommen aus Get Down. Das fand ich gar nicht cool. Weil so lange wie ich da drauf gedrückt hab, da kam einfach nichts. Wo sollen wir hin? Gegen Partycrasher, Mann. Weil er haut einfach ab, anstatt uns runter zu holen. Das macht natürlich Sinn auf jeden Fall. Oh, lol. Also der eine ist gehittet mit dem Bogen. Where are you? Gott. Oh. Oh, der heilt sich. Alter. Der hat mich irgendwie mitgeheilt. Als ob der nicht mal stirbt, der Spast. Ein Herz, Mann. Weißt du, wie oft ich den grad gehittet hab? Ich hab den mindestens zweimal neuen Herzen abgezogen. Der hat sich nur geheilt, der Spast. So, wir sind wieder in einem Team mit hochgefeuert und umgefeuert. Nee, oder? So, die scheiß Gommelspieler und die ausgereicht ein bisschen wieder hier so in seinem Alter. Weil dein Name macht doch schon anklickstief. Oh, ich weiß jetzt schon den Videotitel. Tobi, aggressiver als in Rage-Mode. Nee, das ist zu wenig Tipp für den Titel. Mehr Rage als Rage-Mode? Fragezeichen, Ausdruckzeichen? Nee, da fehlt noch was. Plus Videobeweis. So, Runde 2 nach dem Runde 1 und die mäßig liefen. Kein Block mehr. Er hat Enderperr geworfen hinter uns. Ist das? Das ist ja viel zu weit weg. Du hast zum Lachen. Okay, der eine baut sich da gerade. Der baut den Weg... Der baut den Weg ab. Schaffst du den mit dem Bogen hier? Guck mal. Jetzt wird er gekillt. Ich hab den zweiten gleich in der Ecke geschossen. Aber beide runtergeschossen. Autsch. Pfff... Alter, die nicht die Ecke. Äh... Rechts von uns. Nice. Enderper, 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 enderper. In mir drinnen, Junge. Ey, du scheiß Killstealer. Was soll die Aktion jetzt? Das war der größte Killsteal auf der ganzen... Das wird der Titel ohne Wiss. Das wird einfach der Titel jetzt. Größter Killsteal. Der war so one-hit und stand in mir drinnen. Und du musst ihn killen. Ja, ey, ich hab die Enderperle gecallt, Alter. Ja, ich hab's ja gesehen. Och, lol, war das bad. Okay, I'm bad. Haben sich eingebaut. Auch. Huh. Da sind wir tot. Hinter dir, hinter dir. Ah, der hat eine Enderperle. So. Hat sich, glaub ich, aber nicht gerettet. Mhm. Ich hab nicht mal die Kill bekommen. Ich hab ihn doch behürt. Mac Critical State gibt. Hat gewonnen. Äh, Runde 3. Das ist mal ein geiler Name. Der ist dieses Blatt. Der Typ. Und hat so einen richtig geilen Skin aus Blätter. Das sieht richtig gut aus. Gut. Also, Runde 3. Wir geben... Hier. Weiter. Jetzt im Moment, dass man hier oben noch gucken muss. Nice. Chain Rüstung. Sah nicht. Nee. Hast du ein Schwert? Nee. Ein Goldschwert von hier oben, ja. Ich hab halt kein Schwert. Egal, braucht man nicht. Ich mach mir mal ein Steinschwert. Ja. Beziehungsweise ein Halsschwert, weil ich den Koppelstorn hab. Vielleicht auch. Äh. Äh. Bitte nenn... Äh. Äh. Hier. War das... Weißt du, wie du die Folge jetzt nennen kannst durch die Aktion gerade? Das war dieses Blatt. Nein. Von dem, wo ich gerade geredet hab. Weißt du, wie du das denn jetzt nennen kannst? Größte Killsteal mit... Größtem Fail. Alles ja. Weil das war gerade echt traurig. Ja, das war schon hässlich, Alter. Aber ein kleines Skinner da trotzdem. Gehst du rüber? Ja. Ich schick ihn dir runter. Oh nee, ich hab ein Ding. Dann kannst du das gleich nochmal machen, oder? Jetzt hat er sich eingebaut. Höh. Der ist auch nicht eingebaut. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, der oben steht doch. Da schießt ihn runter. Ja, aber spinnen jetzt, du Wetzbold. So. Deswegen komm ich ja nicht an ihn ran. Jodo. In den Krieg, ihr... Tobi? Was ist denn los, Junge? Warum gehst du denn niemand? Weil ich ein scheiß Holzschwert hatte. Ein Lappen. Das war eine Runde Sky Boss. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Was kann einem daran gefallen? Drei unglaublich schlechten Verlusten. Ey, wir sind unterhaltsam genug, das muss reichen. Nein. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo oder lasst ein Like da. Schreibt Hashtag TobiBeNotSoMad in die Kommentare. Wenn ihr wenigstens hier hinschaut. Ich bin gespannt. Schreibt in jemand. Ciao, ciao. Tschüss.